So Leute, herzlich willkommen wieder beim Kanal hier von Olex und Rocky. Wir sind hier wieder im Park an der Kreuzung, wo ihr entscheiden solltet, links, Mitte oder rechts. Es wurde für rechts entschieden, den kleinen dunklen Pfad, bin ich auch mal gespannt. Mal gucken, wo es da hingeht, ne? Los, schauen wir mal. Der sieht auf jeden Fall von allen drei Wegen am coollichsten aus. Ich werde natürlich lieber da links lang gehen laufen. Da hinten sieht man auch schon irgendeinen, was ist da gebaut, weiß ich nicht, eine Ruine oder irgend sowas. Nun ja, wir sollten rechts gehen. Wir machen natürlich das, was die Zuschauer hier sagen. Denn nur ohne euch wäre das hier gar nichts. Das ist der interaktive Kanal hier mit Rocky und Olex auf jeden Fall. Ihr könnt bestimmen, wo wir lang laufen, wo es lang gehen soll und erkundet so mit uns quasi hier die Stadt. Und wir mit euch. Alle zusammen, ja. Das ist doch schön, oder? Da sieht man ein bisschen was. Kommt raus. Die Hunde noch dabei. Man kann sogar entscheiden, wo es lang geht. Also viel mehr geht nicht, würde ich sagen. Hier geht es bergab auf jeden Fall. Hier wird der Weg wieder matschig und schotterig. Genau wieder stürmischer wird es hier. Hört man vielleicht. Ja, das ist ja interessant, ne? Aber, scheint es auch irgendwie gut zu duften. Beide Matten und Schnuppern auf jeden Fall. Hallo, Rocky. Oh, da haben wir die nächste Kreuzung erreicht. Oder? Ist das eine? Ne, ist noch gar keine Kreuzung. Das ist hier wieder eine Ecke mit Bänken und Mülltonne, wo man sitzen kann. Aber danach kommt die Kreuzung. Ich dachte gerade, jetzt das hier wäre sie. Das ist nur so ein kleiner Platz hier zum Sitzen. So, Alex, stopp. Warte mal. Wir müssen hier wieder gucken, wo es lang gehen soll. Erst mal warte. Stopp. Komm mal her. Komm mal hier her. So, hier wieder wie immer. Oder was heißt wie immer? Wie schon so häufig. Geht es drei Wege. Links, geradeaus oder rechts. Und ihr müsst wie immer entscheiden, wo es lang geht. So, diesmal wieder ein bisschen längeres Video gewesen, als das letzte nach der Kreuzung. Ja, freut mich, dass es euch gefällt. Schön abstimmen hier in den Kommentaren. Daumen hoch, Glocke und abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und ja, dann bin ich gespannt, für was ihr euch entscheidet. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex und Rocky. Okay.